Es war ein Paukenschlag, als der Comedian und die gebürtige Österreicherin Ende August in ihrem Podcast Die Pochers ihre Trennung bekannt gaben. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als würde diese relativ harmonisch über die Bühne gehen, nahm die Schlammschlacht in den vergangenen Tagen Fahrt auf. Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich, teilte der Schwarz-und-Weiß-Interpret am gestrigen Dienstagnachmittag mit und verkündete das aus des gemeinsamen Podcasts. Nachdem Medien darüber berichtet hatten, dass die 31-Jährige schon in einer neuen Liebesbeziehung sei, ging diese juristisch dagegen vor und veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil ein Anwaltsschreiben. Darin stritt die TV-Moderatorin ab, wieder vergeben zu sein. Für diese zwei Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und habe ihn eigenständig verfasst, schrieb dagegen Olli in seinem Beitrag weiter. Ein deutlicher Seitenhieb gegen die Mutter seiner Kinder Nummer 4 und 5. Doch auch Amira zögerte nicht allzu lange und ging anschließend einen drastischen Schritt. Denn die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin löschte auf ihrem Instagram-Profil alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Noch-Ehemann. Bereits vor wenigen Wochen ging der Kölner Komiker denselben Schritt. Seit einigen Tagen prangen das Konto des fünffachen Familienvaters nunmehr Fotos und Videos vergangener Aktionen oder Reisen mit Papa Gerhard.